Dragami 5, 3 Kelche diesmal, sehr übersichtlich, ok, schöner Strauch, schon lange keine Statue mehr gesehen, heile totes Land 15 mal, ok, verschmelze 5 Holunderholz und das auch 5 mal, und Ernte von Prismablumen, klingt jetzt erstmal ein bisschen wild, wir machen mal das mit dem Drachen, und wir machen mal das mit dem Drachen, ja, das mit dem Drachen, hier hinten ist übertotes Land, da müssen wir also sowieso das reinsetzen, und viel mehr Möglichkeiten haben wir hier auch nicht, deswegen machen wir das, das Stück kommt frei, wir ernten erstmal, wir ernten, wir brauchen da unten sowieso irgendwas an Lebensort, was genau, weiß ich nicht, wir probieren es mal aus, ich, aber es sieht schon relativ hoch aus, hm, es sieht relativ hoch aus, so, ah, hier kommen Blätter, das ist gut, das ist gut, dann können wir was anderes nebenbei machen, wenn da Sachen angeflogen kommen, können wir arbeiten, oh, was will der hier, der hat ganz kurz was fertig, dann wollen wir ihm das auch gönnen, sehr gut, dann machen wir hier nochmal, einfach alles zusammen, ist egal, geh da bitte ein bisschen ernten, ähm, was haben wir hier noch, eins, zwei, drei, vier, fünf, dann haben wir hier fünf, ähm, wenn Blätter kommen, kann ich hier ja auch ein Dreier-Merge machen eigentlich, oder? Ja, das macht ja nichts, wir können ja weiter die Blätter sammeln, hm, dann haben wir einfach erstmal was da oben, so, die hier noch weg, ähm, so, Knochen können wir mal hier verteilen, machen wir das so, hey, lass meinen Knochen in Ruhe, kann es doch meinen Knochen nicht einfach anfassen, dann da nochmal totes Land, da nochmal totes Land, da haben wir jetzt wie viel, elf von 15, das ist ganz gut, ähm, achso, ich hab nur noch den einen Knochen, ja gut, dann komm ich da nicht weit, aber, wir kommen hier nochmal durch, nochmal schnell die Blätter fallen lassen, dann haben wir hier nämlich fünf, so, sehr gut, dann machen wir das hier, da oben noch ein Dreier-Merge, jetzt erübrigen sich gleich die Felder hier alle von alleine, das ist so, naja, gut, aber wir können hier hinten, naja, dann machen wir das, ist das gut, noch zweimal müssen wir totes Land damit machen, dann machen wir hier oben so, ey, genau das wollte ich doch nicht, ja gut, dann mach's halt, dann mach's halt, dann nehmen wir das hier runter für den Fünfer-Merge, und das hier nehmen wir da hin, dann haben wir die 15 voll, oder? So, dann können wir das hier machen, Holunderholz müssen wir uns jetzt irgendwann mal noch kümmern, und da hinten nochmal die Blätter, machen wir mal so, und du ernte mal noch ein bisschen, das hier runter, die sammeln wir ein, so, das darüber, ja, komm, ernte die auch noch ab, vielleicht kommen wir da noch eine Blume weiter, das wäre natürlich ganz gut, so, fünf, ne, da nochmal, aber es reicht nicht, reicht nicht, reicht nicht, egal, äh, was machen wir da, erstmal machen wir noch das, so, einmal das, dann gehen wir Holz besorgen, hier machen wir das, und das, okay, da sind wir noch weit drunter, ich, also ich dachte mir schon, dass das nicht reicht, aber, ja, wir machen erstmal hier oben frei, vielleicht kommen wir da an der Sache einfach näher, und bekommen da ein paar, Ops quasi so, und kommen dann da, besser zurecht, hallo, mach mal weiter, äh, ja, mach das nochmal, ich hab gerade überlegt, aber ich will die da gar nicht machen, ich will die da lieber noch aufheben, wir können das mal mit so einem hier versuchen, mal gucken, wie viele Punkte da oben überhaupt anstehen, ach, jetzt ist frei, kurzer Cut, da kam gerade mein Essen, ähm, ich hab eigentlich noch mit der Post gerechnet, aber, jetzt kam mein Essen, ich hab das Spiel schnell nebenher laufen lassen, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist, als ich weg war, weil ich werde das dann auch rausschneiden, also er hat wahrscheinlich hier ein bisschen was rausgeerntet, aber viel verpasst haben wir nicht, ähm, jetzt mache ich mal eben das hier noch, da hört man schon wieder meine Kamera im Hintergrund sich beschweren, dann gucken wir mal, ob das reicht, ja, das reicht, okay, wir müssen noch das mit dem Holz viermal machen, und von der Prisma Blume ernten, ähm, hm, einmal Blätter, so, das können wir so lösen, da müssen wir nichts weiter opfern, dann jagen wir die hier hoch, gehen uns hier rum kümmern, hier mal die Eier raus, ähm, drei, da sind auch nochmal Blätter, damit können wir hier unten das freischalten, dann hier nochmal, ähm, das machen wir so, dann nehmen wir das hier mit runter, komm, das muss doch reichen, ja, reicht, dann können wir das hier freischalten, okay, und jetzt, alle Drachen mal hier irgendwie arbeiten, und dann kriegen wir auch die Hölzer noch zusammen, hier haben wir wieder fünf, zweiter Merch, ähm, hier sind wir bei vier, wenn er den rauslässt, ja, okay, dann sind wir hier auch bei fünf, einmal, zweimal, da sind drei schon da, hier haben wir aber das schon für den Fünfer Merch, na, komm, ähm, nochmal schnell, das, damit ich den Bereich frei bekomme, einfach damit der weg ist, sehr gut, das packen wir noch darunter, ach so, wir können auch die hier noch zusammenbringen, dann haben wir diese eine Blume, die ein paar mehr Punkte bringt, und Prisma Blumen, mal ganz kurz, welche war denn das, die, wie kommen wir denn an die ran, also wir haben hier, äh, vier, mit den Samen haben wir da fünf, und dann haben wir hier noch die zwei, aber, ah, da hinten, okay, da hinten ist was, so kriegen wir es hin, dann wird die hier einmal ernten, ähm, ja, loslassen, gibt es mal her, äh, mal gucken, ah, sind doch relativ viele Punkte, die man hier braucht, eins, zwei, drei, vier, fünf, da drüben, könnten wir es auch versuchen, hier nochmal ein Fünfer Merch mit dem Holz, dann eins, zwei, drei, vier, ihr kümmert euch da drum bitte, da hoffen wir nochmal, dass hier unten das langsam mal frei wird, hat noch immer nicht gereicht, wo ist mein Holz, da ist mein Holz, hier nochmal Fünfer Merch Holz, dann da unten nochmal, den haben wir jetzt auch vollständig, Aufgabe erledigt, ähm, die hier können wir da hin machen, das machen wir so, und, muss mal ganz kurz einen Blick nochmal rauswerfen, äh, bin mir nicht sicher, ob da nicht doch gerade wieder jemand vorgefahren ist, eigentlich müsste ich es hören, ne, es sieht okay aus, Blätter, einmal hier drüben noch freischalten, kommt, besorgt man mal bitte noch so ein paar Punkte, das wäre mir jetzt wichtiger als das Holz, ehrlich gesagt, brauchen wir zwar, um das Level abzuschließen, aber ich würde jetzt gerne die Aufgabe noch mitnehmen, wenn sich das so anbietet, dass man die Aufgabe doch ziemlich gut machen kann, dann will ich die auch machen, so, machen wir das hier, und das, lösen hier das noch schnell, hallo, ich will da ernten, ach man, so, wie oft müssen wir da ernten, nur einmal, okay, wenn wir das nur einmal machen müssen, dann gehen wir jetzt wieder aufs Holz, erledigt, ein paar Prisma Blumen, interessiert niemanden, das haben wir rausbekommen, Holz, macht mir mein Holz hier fertig, ah, es reicht schon, wir können hier nochmal drei machen, da drei machen, dann haben wir hier den Fünfer Merch, das sind die Strauchsprossen raus, da noch die drei, und einmal Fünfer Merch hier, Gesamtziel ist der Schöne, das ist, welche, eine Stufe höher, ja, das ist jetzt nicht so weit, da müssen wir nur ganz kurz bei beiden abwarten, ein bisschen nochmal einen abwerfen, das dürfte relativ schnell gehen, boah, jetzt wird es sehr, sehr laut von draußen, also ich darf das wirklich nicht mehr machen, mit dem offenen Fenster, aber es ist so stickig, wenn ich das Fenster zu habe, dass das fast nicht anders geht, zumindest manchmal, nicht, an so manchen Tagen geht es fast nicht anders, und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die beiden Sachen hier, dass die hier anfangen, ihr Zeug abzuwerfen, so, eins, zwei, einen brauchen wir noch, einen, da ist er, eins, zwei, drei, und da, fertig, Level erledigt, also ohne die Sidequests, wäre es natürlich schneller gegangen, aber ich wollte die mitnehmen, ich hatte da Bock drauf, wollte die mitnehmen, also was soll's, hat jetzt auch in Summe nicht so lange gedauert, nein, Truhe wollen wir nicht mitnehmen, Prisma Blume nehme ich mit, für die beiden Eier schaue ich mir natürlich die Werbung an, schon geschehen, und erledigt, weiter geht's das nächste Mal mit Ragami 6, und ich widme mich jetzt meinem Essen, bevor es kalt wird, schönen Tag euch noch, und bye bye, Bye-bye. Vielen Dank.